online geister thema der sendung willkommen zurück liebe radiohörer und herzlich willkommen podcast hörer der thema der sendungsteil ist der sendung des podcast wir reden endlich über tumblr seit ewigkeiten mal erwähnt dass wir darüber eine sendung machen sollten jetzt machen was einfach mal und kurz vorher noch unsere drei hinweise die es ab dieser sendung immer gibt wir geben hier einen ersten impuls zum thema für fragen und feedback sind wir immer erreichbar und weitere infos zum thema im wiki bei der seminar und bei online gast.com dann legen wir los ja was eigentlich tumblr in meinen seminaren wo ich jetzt auch häufig gerne mal gefragt was eigentlich tumblr ist schwer zu sagen ja und inzwischen erkläre ich es gern mit der metapher so jeder von uns hat ja einen guten freund so eine empfindsame künstlersieele engagiert bei allen beliebt aber irgendwie machst du dir trotzdem immer sorgen um diesen freund denn du weißt es könnte was passieren aber immer erst danach weißt du ob es gut war oder schlecht war und das ist für mich so ein bisschen tumblr auch okay finde ich jetzt kann ich mich nicht so reinversetzen in diese formulierung aber du hast dich generell viel intensiver mit tumblr beschäftigt als ich ich habe es ja nur konsumiert das nur du hast darüber eine masterarbeit geschrieben ja das stimmt also kannst du am besten erzählen was tumblr ist fangen wir doch mal an am besten starten wir mit der geschichte dass man gut einstieg darüber dass geschichte missverständnisse und erfolge ich sag erst mal wordpress kauft tumblr endlich also wordpress wird noch größer also in dem fall automatic incorporated das unternehmen hinter wordpress.com für die unterscheidung verweise ich gerne auf unsere folge nummer 28 da haben wir uns auch mit wordpress beschäftigt denn wordpress ist nicht gleich wordpress das ist quasi die kommerzielle variante davon aber ich habe halt hoffnung daran geknüpft nach der geschichte also seit 2007 gibt es da tumblr und was also alles passiert ist aber vielleicht fangen wir erst mal ganz in ruhe an um zu schauen warum sind wir eigentlich heute da wo wir sind was ist so bislang passiert in der kurzen zusammenfassung also in dem fall zwölf jahre im schnelldurchlauf 2007 meinte jemand wer eigentlich hast du geschrieben tumblr in dem fall das war matt carp gewesen das ist der aktuelle geschäftsführer und auch einer der gründer damals okay der meinte 2007 wir brauchen etwas wie tumblr wurde tatsächlich durch investoren finanzierten erstes 2012 durch werbeanzeigen und hat schlagzeilen gemacht als 2013 von yahoo gekauft wurde für etwa eine milliarde dollar yahoo wurde später von verizon gekauft einem us-amerikanischen mobilfunk anbieter und das war jetzt noch nicht mal so das großschlimme gewesen da haben wir ja sogar auch schon bei uns in den online gasten darüber berichtet ich habe sogar mal einen yahoo rant dann später mit aufgenommen der sogar fällt es mich erfolgreich war bei den höherer zahlen wo ich mich halt einfach dann darüber gestartet wie schlecht yahoo das ganze gemanagt hat aber dennoch im januar 2016 da habe ich daten gehabt ich auch bei mir in der masterarbeit verwendet hatte 555 millionen leute weltweit nutzen tumblr mindestens monatlich aktiv also es gibt als monthly active users also deine berühmten mäuse tristan das hast du vor ewigkeiten mal so bezeichnet ja das ist schon eine weile her die maus okay ja also mehr als eine halbe milliarde menschen auf der welt nutzen tumblr also damit ist es jetzt nicht gewaltig klein und in dem zeitraum hatten wir auch bei tumblr nutzen in deutschland so etwa 20 millionen gehabt die aber das ist auch nicht aber eben auch als website nutzen das ist ja das prinzip bei tumblr es ist ja auch ein website ist ja auch soziales netzwerk auch viel viel andere sachen aber kommen noch dazu es ist wie gesagt alles also die nächsten großen schlagzeilen macht tumblr dann december 2018 als die pornografie verboten haben aber auch nicht so konsequent also ab und zu sehe ich immer noch mal wieder was auch in der zeit hat auf jeden fall starke diskussionen sachen diskussionen geführt leute riefen zensur wo ich jetzt nicht zustimme weil auch auf youtube kriegst du keine pornos aber es war halt vorher ein großer teil der tumblr community dass da eben relativ frei auch nischen und fetisch sachen bedient wurden also ob jetzt ein großer teil es war auf jeden fall ein teil denn es war tumblr ja schon immer gewesen also ein offener raum für viele so wurde es ja auch gesehen da war einfach dieser es wurde immer gesagt dieser porno bann das war einfach ein weiterer sarg nagel gewesen denn da sind wir jetzt gerade im august 2019 auch gelandet also wenn wir es wirklich schnell durchlauf gemacht da wurde tumblr verkauft dann automatic incorporated die halt unter anderem auch wordpress.com betreiben simple note betreiben das ist ein notizverwaltungsprogramm und woocommerce so für unsere wordpress pros das ist so ein e-commerce plug-in also dem reißen die unterwegs und zum sportpreis von drei millionen us-dollar wir erinnern uns millionen es wurde für eine milliarde von yahoo gekauft dann für drei millionen wieder verkauft also pornos sind etwa 99 99 97 millionen dollar wert vielleicht nur die pornos aber tumblers wert hat sich auf jeden fall ziemlich verringert an der stelle aber insofern ich verknüpfe trotzdem hoffnungen daran wir haben auch ein interview dass der matt mullweg der ceo von automatic bei der verge geführt hatte das war jetzt im august gewesen dieses jahres also 2019 das verlinken wir euch in den show notes kann ich auf jeden fall empfehlen zum reinhören weil da auch einfach über die pläne von tumblr von automatic mit tumblr berichtet wird also wohin soll es gehen ich habe da wieder ein bisschen hoffnung entwickelt denn an sich ist tumblr auf jeden fall ein relevanter blogging dienst und vor allem halt in dem kontext dass tumblr wie auch twitter die sind so beide urgesteine ins internet der blog also was wir heute unterteilen reshare was weiß ich nicht repinnen je nach plattform wird das unterschiedlich bezeichnet aber diese inhalte von anderen bei mir auf der plattform eben zu teilen das hat tumblr mit erfunden also insofern ist wirklich eine dieser ganz alten veteranen aus dem internet und ich hoffe dass die wieder so ein bisschen glanzlich werden sollten wir jetzt auch mal auf die funktionalitäten und wie haben wir eigentlich aussieht und aufgebaut ist dann kommen wir schon von reblog reden denn tumblr ist quasi das eine ding für alles du kannst darauf lange blog texte veröffentlichen du kannst einzelne bilder veröffentlichen du kannst kurze kommentare machen wie bei twitter du kannst mit leuten in kontakt bleiben bei facebook du kannst so viel über dich schreiben und so wenig wie du willst und eben alles was veröffentlicht wird kann ein anderer nutzer eben wie gesagt re blocken und das wird dann bei ihm auf seinem blog mit veröffentlicht ähnliche bei twitter retweet ich habe in meiner masterarbeit tumblr auch deswegen als hybrid blog bezeichnet weil es hat eben sehr sehr viel ist es ist nicht so dieses eine spezielle ding es ist ja auch ein messenger auch ein soziales netzwerk auch ein blog auch ein mikroblog anbieter auch sehr sehr vieles verschiedenes weiteres ich kenne auch manche leute die benutzen das also nach e-commerce plattform um halt eben nicht direkt über tumblr glaube ich zu verkaufen dass wir dann hier und da doch ein bisschen schwierig war die technik da finde ich gar nicht genau oder wiederum andere benutzen das halt eben als ersatz website und hin und her also tumblr ist halt ich finde immer noch ein multi talent und halt eben in der masterarbeit habe ich mich vor allem mit der kommunikation auseinandersetzt also eben wie wird tumblr benutzt bei mir im schwerpunkt der bildkommunikation und da habe ich einfach mal tumblr an sich untersucht also generell diese etwa 20 millionen ist es sind jetzt nicht die aktuellsten zahlen aber das sagt auch einfach sehr viel darüber aus bei tumblr es gibt aktuell nicht wirklich aktuelle zahlen weil tumblr in den letzten jahren sehr sehr irrelevant geworden ist vor ein paar jahren ist zum beispiel auch bei der ard zdf online studie tumblr ich finde sagen rausgeflogen aber es hatten in vielen vielen statistiken gar nicht mehr aufgetaucht weil es einfach als irrelevant betrachtet worden ist das tut mir im herzen so ein bisschen weh ich bin immer so ein alter tumblr verfechter an der stelle und tumblr liebhaber und ich hoffe jetzt einfach mit automatik dass dann sich wieder was ändert also kommen wir gleich zur diskussion aber erstmal was habe ich überhaupt untersucht an sich die einzelnen eintragstypen tumblr hat insgesamt sieben verschiedene eintragstypen als nutzer fällt unterschiedlich also wenn du auf die konzentrierst zu gucken was ist jetzt genau dann wirst du verschiedene arten finden aber eigentlich taucht alles als ein post auf ob es eine audiodatei ist oder ob es ein text ist oder ein bild das ist alles zacken kasten der bei dir auf ploppt im frontend macht auch keinen unterschied bei tumblr so dass sind einfach nur unterschiedliche beitragstypen im back end also wenn ich es als angemeldet nutzer verwende und inhalt erstellen möchte macht tumblr anders als andere soziale netzwerke wenn ich bei zb facebook oder twitter einen beitrag erstelle habe ich immer erst mal so einen textbeitrag den ich dann mit einem video bild was auch immer noch hinterlegen kann bei tumblr werde ich am anfang gefragt möchtest du einen textbeitrag erstellen ein bild ein audio ein chat was auch immer das ist schon mal eine andere benutzer führung überhaupt du wirst das medium die medienfrage welches format soll es sein kommt direkt am anfang und da gibt es eben sieben verschiedene typen bei tumblr man kann text erstellen foto zitat einen link den verwirklich nur eine verlinkung einen chat machen das ist quasi zitat nur mit zwei leuten ein audio inhalt erstellen oder ein video erstellen das ist eigentlich das was tumblr da inhaltlich mit auszeichnet und ich habe da der hauptunterschied zwischen zitat und text text ist halt einfach nur fließtext und zitat ist halt eben mit urheberangabe also das ist dann auch fließtext und dann wird halt eben noch eine quelle angeben ist einfach nur eine andere grafische darstellung und ich habe am ende halt überhaupt eine zufällige stichprobe von tumblr blogs herausgenommen und 120 tumblr blogs untersucht und am ende auch bin ich auf 356 1630 beiträge gekommen und 808 474 kommentare zu diesen beiträgen die ich auch im rahmen der masterarbeit analysiert und ausgewertet habe das klingt besonders spaß aber die ergebnisse an sich waren halt überraschend muss ich sagen am ende ich habe auch eine infografie gemacht die gibt es dann bei social media statistik de jetzt auch als exklusive deutschland veröffentlichung und da kann man einfach heraus bei den bei allen inhalten an sich dies bei tumblr gab haben bei meinungssuchen bilder neun prozent ausgemacht texte zweieinhalb prozent von allem links ein prozent asks ein prozent zitate ein prozent und der rest 0,7 prozent das ist aber kein 100 prozent ja und das meiste satte 83,91 prozent prozent klammer auf vergleich einer 2016 klammer zu sind reine reblocks also ein inhalt von anderen der von anderen noch mal gereblockt wurde genau also ich weiß ich wie oft ich habe ich habe mich wirklich komplett auf diese inhalte da konzentriert also diese sieben eintragstypen die es da gibt plus hat die reblocks und die reblocks machen wirklich die masse aus 83,9 prozent das ist 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 ein statement das ist sehr sehr viel das sagt mir auch dass wie ich die meisten nutzer auf tumblr eher passiv unterwegs sind das ist ein paar eben etwa 16,09 prozent leute gibt die da content creator gibt leute die schreiben leute die videos drehen oder audiodateien mini podcast aufnehmen auch längere podcast ich weiß nicht so eine begrenzung gibt wahrscheinlich nicht ist das tumblr und der rest eben über 80 prozent guckt es eben sich an und was es gut findet das wird dann was sie gut finden das wird dann reblock kommentiert geteilt wie bei youtube eigentlich noch ein bisschen anders ich würde es fast eher mit twitter vergleichen wollen ja auch sehr viel getweetet und da kurzer disclaimer das ist jetzt für unsere profis business leute in dem bereich ich finde halt tumblr ist eine wunderbare chance zum marketer denn reblocks sind ja weitergeleitet beiträge von anderen nutzer immer auch mit quellverweis aufs original also analog wie bei pinterest die dies kennt habe ich auch immer diese fotos von anderen und wenn ich die re pinne also eben teile kriege ich auch das original krieg ich ein original das original bild und die original quelle zum beispiel von der website mit und bei tumblr mehr als vier von fünf tumblr nutzer rebloggen inhalte von anderen also tumblr nutzer sind potenzielle werbemultiplikate und das ist in deutschland einfach zieht das ist jetzt so für das marketing spielt eigentlich überhaupt keine rolle und ich hoffe ja dass tumblr dahingehend wieder eine relevantere plattform werden kann aber ja schauen wir noch mal im detail du willst kurz was sagen ich habe bezüglich das rebloggen vielleicht bildest mir nur ein aber man kann glaube ich auf den richtigen reblog odyssey gehen wenn irgendein beitrag zig mal rebloggt wurde und du nur quasi in den 10. und 20. reblog siehst kannst du auch natürlich durchklicken durch jeden anderen blog der diesen beitrag rebloggt hat und bei tumblr gibt es zum beispiel auch besser als bei twitter daten uns ja in unserer folge 37 muss das gewesen sein twitters renaissance uns ja auch damit auseinandersetzt dass ja diskussionen bei twitter sehr schwierig momentan die sind bei tumblr schön geordnet also die meisten diskussionen die man so als als meme oder als gag ausschnitt irgendwo findet auf twitter als screenshot in irgendwelchen chat verläufen sind meistens von tumblr dass es eben so eingerückt ist sich chronologisch durchliest das war tumblr ziemlich gut und ich sagen mit tumblr beschäftigen wir uns auch gleich noch mal abend vorher haben wir ja ja genau es ist noch viel mehr musik rausgekommen copelius hat auch neues album rausgebracht kammer archiv und da kaffern sie natürlich wie es für sich halt längst tradition ist iron maiden davon hört jetzt rothschild iron maiden auf klassischen instrumenten von copelius vom neuen album kammer archiv und wir sind zurück beim thema der sendung online geister thema der sendung immer noch tumblr und noch mal kurz rekapitulierend tumblr was ist es eigentlich dieser kurzfassung eigentlich oft sei ein blog service ist aus der sogenannten tumblr log szene entstanden für die das jetzt relevant ist und haben schon gesagt tumblr ist sehr sehr viel blogs das heißt netzwerk content sharing messenger social bookmarking du kannst es im grunde für alles verwenden wenn du möchtest das ist das schöne bei tumblr wir hatten ja auch schon vor der sendung kurz drüber gesprochen trotz dessen dass tumblr ja in sehr sehr viele bereiche eigentlich aus franzen ausfasern kann von der nutzung ist die nutzerschaft ja auch sehr sehr ausgefranzen alle möglichen richtungen aber die plattform an sich verhältnismäßig konservativ gleichartig geblieben und ich weiß nicht mit jedem größeren design update gab es auch immer ein gewaltiges oh das ist nicht mal mein tumblr und sowas also also design updates auf tumblr ich bin ein wenig es gab einige wenige aber ja aber selbst diese inzwischen ist eine ganze weile stabil geblieben aber ich kann mich an wie zwei jahre zeitraum erinnern wo youtube gefühlt alle zwei monate komplettes redesign gemacht hat die größten änderungen gab es logischerweise weil man ja wenn jeder hat ja ein tumblr blog die werden noch offiziell bezeichnet also sind keine profile da ist der sprachbuch blog weil es rein technisch auch einer ist die sind natürlich immer individuell das ist so ähnlich wie bei myspace damals gewesen dass sich jeder so eine individuelle unterseite machen konnte nur im gegensatz zu myspace hat es bei tumblr funktioniert und es ist kein chaos mit irgendwelchen rosa einhörnern und so ein spaß geworden nicht jetzt haben wir keine rosa einhörner geben die gibt es auf jeden alle fälle ja bei tumblr hat es halt eben funktioniert mit rosa einhörnern und die größten änderungen gab es halt eben im dashboard das ist quasi der news stream bei tumblr also wer facebook kennt oder twitter oder ich überlege es gerade bei bei snapchat vielleicht dieser explore bereich da sind ja immer die aktuelle nachricht auch die beiträge von anderen nutzern und das ist bei tumblr eben dass der sport und da gab es so ein paar design updates ein paar kleinere hier und da und da auch gibt es eine statistik da hatte ich dem fall mal veröffentlicht im social media magazin 2015 ist schon weile her links beziehungsweise quellen gaben show notes aber ist genauso aktuell wie heute das ist das problem bei tumblr das hat sich in den letzten jahren recht wenig getan oder das gute an tumblr ja oder das gute je nachdem aber dadurch kann ich halt eben die masterarbeit von 2016 definitiv hervorragend gesagt aktuell heute genauso und zum dashboard eigentlich bloß etwa 70 prozent der nutzer verbringen ihre zeit auf tumblr am liebsten im dashboard nutzen es als news stream zur vernetzung mit anderen und halt einfach als also passiert dass vorbei twitter die startseite ist wo du alle tweets siehst von leuten die du folgst das dashboard alle blogs denen du folgst tauchen da auf mit den aktuellen sachen und das ist eben auch die seite die platte der plattform bereich wenn ihr halt inhalte für andere stellt die werden es im normalfall immer auf dem dashboard erst mal sehen gegebenenfalls das ist bei tumblr ja auch möglich man kann diese tumblr blogs auch über rss feed abonnieren kann ich die auch in abend so einem rss reader ino reader feedly etc oder bei browsers einfach mit drin oder bei manchen browsern der genau aber eben so einem feed einfach nochmal mit sehen die möglichkeit gibt es auch aber die meisten tumblr nutzer nutzen es halt eben also nutzen tumblr halt eben ganz normal im tumblr also da wird nichts großartig exportiert das ist halt einfach das ding für sich und dann kommt es nur zur frage was kann tumblr also wir haben es schon erwähnt wie es entstanden ist was es eigentlich ist und jetzt fragen uns wofür wird es genutzt wer ist da eigentlich unterwegs ja was ist die dna von tumblr die kommunikationskultur wie ich immer gerne sage ich habe mitbekommen alles also du findest wirklich auf tumblr alles ja weil auch wenig also bis zum porno waren wenig moderiert wurde also bis auch schon aber ich finde die community bei tumblr also generell die nutzer sind aber auch leute die man nicht großartig moderieren muss finde ich es hat einen ruf so ein bisschen links alternativ zu sein gerade dass sich viele subkulturen da drauf tummeln ich glaube eher dieser links alternative vorwurf kommt daher dass es halt eben sehr sehr viele nischen subkulturen bei tumblr gibt genau und generell ist erstmal jeder will kommen ja das ist ja das also das ist ja die problem das ist das feature das ist das potenzial auch bei tumblr es ist es hat das potenzial für eine inklusive plattform also ich sage immer gerne tumblr kann ein inklusives instagram sein denn bilder machen ja auch einen größeren teil 9 prozent von allen sachen also hast du runtergerechnet ich habe es mal bereinigt wir hatten ja vor der pause ja kurz drüber gesprochen 83 prozent reblocks wenn ich das rausrechne komme ich auf 55 prozent bildinhalte also mehr als die hälfte 16 prozent text und der rest halt das ist ein einstelligen prozent bereich ne nicht unbedingt da sind wir jetzt bei einem viertel was hat alle anderen beitrags inhalte ausmacht die einzelnen sind dann also nur links werden jetzt im einstelligen oder nur videos nur audio zitate videos etc das die machen einen wesentlich geringeren bestandteil aus aber halt eben weit über die hälfte sind bilder insofern kann man da tumblr auch irgendwo als eine bilder plattform ähnlich wie instagram bezeichnen zumindest der großteil inhalte aber eben auch nicht zwingen bilder von sich selbst also ich weiß dass viele künstler auf tumblr im blog unterhalten und da regelmäßig öffentlich bilder posten oder auch auftragsarbeit entgegennehmen da sind wir ja auch die verschiedenen subkulturen ich meine es gibt fotografen communities es gibt reise communities es gibt zb auch einen sehr populären blog der über tumblr läuft humans of new york vielleicht schon mal davon gehört ich tatsächlich nicht also ich eventuell im unterbewusstsein klingelt da was aber ich habe kein bild vor augen also kurzfassung es ist ich weiß nicht ob fotograf oder journalist aber jemand der new yorker ist und durch new york schreitet und hat jeden tag ein foto von einer person macht und sich deren lebensgeschichte erzählen lässt es gibt halt immer so das ist ein sehr schönes foto da hat man teilweise fahrter mit einem kleinen kind und dann erzählt er hat eben die mutter hat ihn verlassen ist an krebs gestorben wie es hat einfach die lebenssituation dieser personen und er wurde schon häufiger weil dieser blog auch sehr erfolgreich ist eingeladen haben so kleine welt touren zu machen hat dann auch aus amsterdam aus verschiedenen afrikanischen ländern etc berichtet also der nefer nicht nur in new york sondern eben humans of the world im grunde und das ist ein auf tumblr basierender blog der zwar auf einer kompletten normalen punkt com adresse erreicht ist aber auch nur weitergeleitet von tumblr da ist also tumblr auch irgendwie dann hoste an der stelle aber das ist finde ich so symptomatisch beispielhaft ein schönes ding wie tumblr einfach tickt es geht darum menschen zu zeigen und menschen als menschen zu akzeptieren es nicht dieses verurteilen das posen wie bei instagram dass sich präsentieren wie bei facebook das hauptsache witzig wie man es bei tik tok hat dieses jahr immer krasso wie bei youtube beispielsweise oder was ist ich hauptsache dass uns streiten wir bei twitter das ist das tumblr alles nicht und das finde ich persönlich immer noch bis heute sehr sehr spannend und anregend ich erinnere mich an einen kleinen blog wie a cat a day oder so ähnlich also jeden tag ein kätzchen wo einfach in dein in deinem dashboard jeden tag ein süß kätzchen reinkommt du musst nicht einfach guck da ist mein tägliches kätzchen und weiter scrollen sehr bekannte tumblr blogs waren zum beispiel auch im deutschsprachigen raum gab es einen nannte sich merkelraute halt eben alle möglichen fotos von angela merkel mit halt ihrem signature move oder es gab auch sehr viel zu den nordkoreanischen herrschern da hatte man dann irgendwie kim jong-il looking at things als der dann gestorben war haunting things also spukt sucht heim aktuell gibt es auch einen leider nicht mehr so regelmäßig betriebenen kim jong-un looking at things weil einfach eben so propagandafotos vom nordkoreanischen diktator gezeigt werden wie er sich halt irgendwas anguckt das ist das thema des blogs der große dieser guckt da drauf also muss es toll sein und das ist der nordkoreaner und das ist halt eben auch das was tumblr ausmacht also witzige durchaus ironisch inhalte irgendwo auch mit einer message aber an manchen stellen versehen also du kannst immer auch was rein interpretieren also da finden also dahingehend sage ich auch immer gerne wenn du das internet verstehen möchtest kann man bei reddit gucken das wäre eine variante twitter für einige nischen bereiche aber ich finde tumblr ist immer noch wenn du netzkultur kapieren willst wenn du wissen willst wie der mensch wie die netzgeneration tickt ist tumblr finde ich immer noch eine super anlaufstelle auf tumblr sowas gibt es auf tumblr sowas wie bei youtube trending also was wird gerade viel geblockt dass du dir nicht erst was suchen musst wie ich will kätzchen ich will kim jong-il ich will vielleicht ein bisschen keine ahnung hübsche männer mit mit six pack gibt es ja auf tumblr auch oder musst du die ersten account erstellen und dann die zusammensuchen was du wem du folgst ja also es gibt bei tumblr einen trending bereich also genauer gesagt explore und da drin gibt es auch einen trending bereich also tumblr wenn man sich angemeldet hat gibt es da diesen bereich explore das ist meistens wieder so diese klassische kompass nadel in die richtung dann halt eben findet ihr was da so groß also im großen ganzen diskutiert wird aber ich kann auch sagen das ist so vielleicht ein guter startbereich aber das ist auch das schöne tumblr bietet blogs an und blogs sind ja auch bei google indexiert das heißt ich kann auch einfach nur eine suche machen bei google mit der anmerkung dass es bei tumblr halt eben sein soll da finde ich auch schon sehr 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 viel oder sehr viel über die sehr interessante suchfunktion bei tumblr die dir zum suchbegriff direkt blogs vorschlägt die viel darüber schreiben und dann auch dann noch mal in einem anderen bereich sehr viel einzelne beiträge zu dem suchbegriff passt wem das jetzt vielleicht nicht reicht wem das zu schwammig ist wir haben da was kleines vorbereitet und ein paar linktipps tristan du hast ja gesagt du bist ja eher so verfolge bei tumblr hast du jetzt auf die schnelle irgendwas wo du sagen würdest ist guter tumblr blog meistens nicht jugendfrei ne em tatsächlich folge ich einer einer zeichnerin skirts mit drei z hinten weil die ich jetzt von erzählen wir nichts oder nee nee das erzählen wir nichts das habe ich nicht als skirts die malt hauptsächlich original charakters also wenn du irgendwo ein charakter der ausgedacht dass für deine fanfictions für deine rollenspielsitzungen oder sonst was dann kannst du den charakter beschreiben und sie malt das dann sie hat einen sehr schönen stil wie ich finde hat sie jetzt von twitter verabschiedet weil sie das da nicht mehr aushält das ist einfach zu unangenehmes umfeld ist aber noch auf tumblr auf deviant art und auf tumblr folge ich jetzt eben auch skirts mit drei z hinten dran okay dann nehme ich das doch auch gleich mal direkt mit auf ich muss genau den link noch mal gucken aber es ist nicht lustig ist es jetzt nichts nachdenken ist einfach mal der bilder ich hätte dann noch ein paar empfehlungen dass wir einmal unfug bilder punkt tumblr punkt com das ist so die übliche adresse an der stelle also der nutzer unfug bilder ist ein deutscher tumblr nutzer der sich vor allem damit auseinandersetzt also aktuelle politische sachen satirisches einfach auch zu rebloggen das so ein bisschen zu teilen also der ist erstmal ein ganz netter einstieg dann gibt es linguisten das ist das linguisten forum ja die halt auch eine tumblr seite haben also wer so ein bisschen linguistik sprachfetisch ist es du studierst es ja ich habe es ja inzwischen hinter mir linguistik studium aber bin dem das natürlich immer noch freundschaftlich verbunden das ist ein schöner tumblr blog weil eben auch wirklich wissenschaftlich über das thema gesprochen wird dann humans of new york also menschen aus new york dann die menschen handwerkerin das ist eine chirurgin im krankenhaus die tumblr als persönlichen blog nutzt und dort hat eben über ihren alltag berichtet die habe ich unter anderem auch im rahmen meiner masterarbeit analysiert ist mir jemand gestorben verdammt nie eher so wie es da krankenhaus alltag beispielsweise stress dieses und jenes wirklich so als eine art tagebuch fühlt sich das im weitesten sinne und mein letzter wäre dann noch das ddr museum in berlin unter einfach nur zusammengeschrieben ddr museum eben dann punkt tumblr.com findet sich das ganze dort auch für so nevfall größtenteils deutschsprachige blogs der was ja auch so ein bisschen eine eigene szene wiederum mit ist sind welche kann ich empfehlen sind schöner einstieg durchaus neutral genug nicht zu sehr in der nische aber halt guter einstieg in die nische die tumblr auch darstellt am ende alles ist dort irgendwo ein teil einer subkultur das heißt aber nicht dass das jetzt eine isolierte subkultur ist jeder tauscht sich mit jedem irgendwo auch wieder aus so bist du dieses halt eben dieses große gemeinschaftsgefühl von du jeder möchte mit jedem auch irgendwie gut nachbar sein können da klar streit gibt es auch immer irgendwo auch bei nachbarn aber ich finde das dann noch einer der netteren bereich des internets zumindest die bereich von tumblr in denen ich unterwegs bin auf jeden fall abwunderte bereiches internets ich bin ja schon längerer zeit fan des jahr quasi youtubers bloggers content creators las kolenia und der hat jetzt mit seiner verlobten zusammen eine band gegründet namens beton braut und da liegt doch niemand kennt und die musik auch ja einige würden sagen auch grünungsbedürftig ist wollte ich nicht noch mal eine plattform bieten auf radio corax hier ist von beton braut vom gerade erschienenen auch neuen album neudeutsche kälte rost rost von beton braut vom ersten teil des albums neudeutsche kälte namens morgen röte guckt sie mal an sind auf band kein spotify wenn es euch gefällt freunde sich bestimmt über neue hörer damit zum ende angekommen wir sind jetzt beim feedback online geistern feedback heute ging es um tumblr christian hast du feedback gute sendung es war mir eine herzensangelegenheit dass wir das endlich mal besprochen haben guter podcast gerne wieder und alle quellen die show notes zum thema der sendung gibt es unter online geister punkt com schrägstrich folge 0 4 0 und jetzt übrigens auch ganz frisch in unserem wiki bei der seminar de was wir unterstützen und uns als podcast gibt es bei apple podcast google podcast spotify youtube oder einem podcatcher eures vertrauens und natürlich jeden monat auf radio corax 95,9 jeden vierten donnerstag im monat direkt nach dem wiederhall um 19 uhr und wiederholte nach dem morgen magazin am freitag und ganz wichtig noch liebe hörer unterstützt bringt euch in die sendung ein sorgt für spannende themen schreibt auch gerne als voicemail dazu einfach bei uns auf die website gehen und ansonsten ich würde sagen das war's bei korax an und genau und interessant hat mich gefreut mich hat auch gefreut bis zum nächsten mal und dann geht es um start ups das war online geister radio bei netzkultur social media und pr von und mit tristan berlet und christian allner alle links zur sendung kontakt möglichkeiten das archiv zum nachhören gibt es unter www.onlinegeister.com und NRW